Bei mir lag das. Ja. Ich hatte gerade eben drei Sekunden erst mal Standbild. Oh Mann. Scheiß Fraps. Ey, das geht so nicht. Status Transfer. Für Spielfehler... Für Spielfehler können wir nichts. Da schließe ich ihm einfach eine neue Chance zu. War gar nicht. Irgendwie. Ja. Für Spielfehler kann Frieden nichts. Das war gar kein Fail, das war... Das war ein Fehler in der Matrix. Das war ein Überleck, ich hab's doch selber gesehen. Das war der Fehler in der Matrix. Genau der. Hätte man einen Yoshi, ja? Ich will eigentlich nur den blauen Panzer haben. Schönfried! So, ich weiß, hier gab es das. Ich weiß. Ich bin immer. Schönfried! Lass mich in Ruhe. Ich schaff das. Ich pack das. Ich pack das. Ich pack das! Ich pack das! Ja, da kommt aber nicht hin. Da oben ist ne Hose! WTF? Wo gab's die? Hier gab's irgendwo ne Feder. Ich weiß dir was. Man weiß es nicht. Nee, scheiße. Ich komm mal her. Oh Gott! Wie denn? Überflieg den Scheiß doch einfach. Geh unten lang und töte alles. Fertig ist. Man kann die Viecher nicht töten. Das wird es nicht mit Feuer. Nee, dann sterb dich durch! Nee, halt's Maul! Fail! Hm, wie kriegst du die vier Münzen? Ähm. Spielfehler! Oder auch nicht. Scheiße. Lenny, du bist sicher, dass du was machen willst? Du hast nur noch eine... Egal. Ja, komm, du hast auch ne... Always no fun! Das ist mein Motto! Das ist ja auch ne bekloppte Feder. Zeig dir, dass es ohne Feder genauso geht. Status Quo! Ich hab gar nichts. Hm? Von zwei Seiten. Oder du kannst ja den kleinen Wichser da nehmen und den dann... ...durchbashen. Lenny, mach das, du bist pro. Das war der Plan. Auuuuh! Nein! Game over. Kann ich dir irgendwie Leben geben oder sowas? Schau. Wie denn? Hm, hm. Nein. Hä? Wie, 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 wie? Jetzt start! Äh, jetzt wird's tricky. Sicher, dass du ja nicht. Und so. Oh, was soll's. Alles oder nichts? Fred! Fred, wir müssen hier... Wir sind RP'n hier! Wir können doch ruhig fällen! Gott. Alles oder nichts, Fred! Das Leben ist eine Ratsche! Oh, die Kasse Vögel! Ich schnapp' mir jetzt einfach mal deinen Trick. Oder so. Hahahaha! Von wegen! Tieta! Ignorier die einfach! Puh! Hoffentlich krieg ich irgendwas cooles. Komm schon! Ah! Oh Gott! Nix, Pilz! Ich will mir erst den Pilz holen! Den Stern! Hahahaha! Hahahaha! Ahem! Gut, dass niemand gestorben ist. Game over! Scheiße! Ja, gib mir am besten alle deine Leben. Kommt dann, kommt dann endlich auch der, 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 der Tod sein, Squee? Oder wie? Wenn wir dann... Oh, klasse! Und starte das Spiel von vorne! Oh! Das war Evil Lag! Also ich würd sagen, mit diesem schönen Screen beenden wir diese Aufnahme! Ja! Continue! Continue! Wir werden beide fünf Leben! Sehr schön! Egal! Ja, ich würd sagen, wir beenden damit jetzt die Aufnahme! Dann beenden wir die Aufnahme! Ich bin raus! Tschüss! Tschüss! Tschüss!